Weiter geht's mit SmackDown vs. Raw 2010. 48 Tage bis WrestleMania. Sind wir schon bei Alienation Chamber? Sind wir nicht. Wir sind in Buffalo, New York. In Sinas Umkleide. Woche 6. Hälfte ist geschafft. Ich bin mal gespannt, ob wir in dieser Folge das Ding hier beenden können. Ich werde es mal versuchen, weil ich glaube, unnötig lange ziehen ist nicht mehr. Cena gegen Orton. Oh. Geil. Einfach bei Random Raw ist immer die ganze Titelkämpfe, ne? Gibt's auch nicht mehr. Schön. Wunderbar. Jetzt geht's los. Okay. Ich bin mal gespannt, ob das Match einfach so vonstatten geht oder da irgendwas passiert. Aber ich glaube nicht, dass Cena seinen Titel vor WrestleMania verliert, ja. Kann ich mir nicht vorstellen. Dafür ist die Story viel zu sehr auf Champion vs. Champion ausgebaut. Oh, shit, jetzt bin ich ein bisschen zu laut, ne? Upsi. Schrei ja schon fast. Oh, nur Momentos. So. Mal ein bisschen weiter weg. Okay. Na, auf, 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 mich zu treten. Hallo. Dass man diesen Moves auch nicht ausweist, kann ich check das nicht? Ach, hör auf. Warte, sitzt er irgendwie am Kommentatorenpool? Oh, Big Show. Das Match wird nicht mit dem Pinbandit. Das wird, also, kann ich mir nicht vorstellen. Wahrscheinlich wird Big Show gleich eingreifen. Machen wir uns nichts vor. Hui. Hopp. Sign of the week. Ja. Wo das auf dem Schild nicht draufsteht. Bam. Elbow. Ach, nö. Nicht kratzen, was soll denn das? Aua. Oh. Das war ein krasser Eye-Drop-Kick oder so. Was macht er denn? Du brauchst mich hier nicht torten. Und eins. Und zwei. Und alle guten, wir sind drei. Und nochmal. Oh. Bam. Aua. Oh, oh, oh. Stimmt, Big Show wollte ja zu ECW jetzt weg sein. Oh, nein. Da kommt doch safe eine ECW-Invasion hier. Ach, komm. Cena, muss ein bisschen an der Ausdauer arbeiten. Was ist denn da los? Der steht immer noch sofort auf, lol. Blick. Einfach salutieren. Okay. Hat sogar funktioniert. Bam. Was ist der zweite Signature-Move von John Cena? Ich weiß es nicht. You can't see me. In die Schulter wackeln. So. Okay. Dann gucken wir mal, dass es jetzt hier endet, oder? Maybe. Oh, erstmal kontert der. Das ist ja wunderbar. Nein. Aua. Nein. Nein. Das war meine Chance, noch einen Finisher zu machen. Oh. Da bleib liegen jetzt. Und. Elbow. He drops the elbow. Er kratzt wieder. Nein, Gott. Oh. Daneben. Man muss noch ein bisschen Zierwasser trinken, Randy. So wieder nicht. Ja, wir wissen, dass Big Sean einen Trade forcieren will. Ist doch gut. Oh, oh. Hallo? Och, nee. Also, manche Moves kann man einfach nicht ausweichen, ne? Also, mein Tritt war schneller. Es tut mir leid. Also, das ist ja wohl eine Frechheit. Das ist ja bodenlos, sowas. Aua. Aua. Ey, was hat sein? Aua, ey, hallo. Also, was ist denn jetzt hier los? Ich komme einfach nicht zum Ausweichen. So. Immer schön auf dem Kopf. Ey, der Blut wird schon. Reicht das schon? Eins. Bein. Drei. Loh, das reicht. Und Big Sean macht nichts. Das glaube ich eigentlich, oder? Oh, oh. Ey, Kina win, ne? Was eine impressione Titeldefinung für John Cena. Du nimmst das impression? Oh, oh. Ey, der kommt mit der Tornpult. Du hast ein paar Aggressionsprobleme, mein Freund. Ja, komm rein. Komm, trau dich. Ja, Feigling. So ein Feigling. Und das war's mit Mann in der Draw. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Okay. Das wird noch spaßig mit denen. Oh, no. Nein, ist er nicht. Oh, oh. Oh, das war's mit Tommy Dreamer, oder? Oh, mein Gott, der Sound. Noch mal? Oh, das ist der Shokeslam. Und er ist ECW-Champ. Oh, oh, oh. Oh, oh. Das ist das. Das ist das Veränderung der Gart. Es ist Zeit für ECW-Champ. Wo willst du mit den Aussagen hin? Oh. Da hin. Oh. Was machen die beiden jetzt? Oh, ach so. Na klar. Das ist schon geil. Okay. Eine dritte Partie mischt sich ein. Dann wird das ja bei WrestleMania wahrscheinlich eine Champion. Gegen Champion. Gegen Champion Match geben. Würde ich mal denken. I'm back. Ich war dieser Bischof-Theme in meinem Kopf. Thank you for tuning in to another edition of SmackDown. JR. I'm Jim Ross, here alongside Taz in wonderful Seattle, Washington. You know, it rains a lot here in Seattle, but the Big Show sure can cause a storm here on ECW. I think he's going to win. Yeah, yeah. Kann sein. I think he's a leader of a rebellion or something. He all but declared war on the other brands. But we can't worry about that. Not when we have a WWE Championship match tonight. Also die ganzen random Titelkämpfe bei den Weakleys ist schon brutal, ne? Also, das muss ich mal sagen. Okay, Woche 6, weiter geht's. Oh, was heißt schnell? Oh, oh, oh. Wie viel Zeit habe ich? Option heißt, die Schlage ist unter 3 Minuten. Das könnte, könnte klappen. Könnte. Oh, ich liebe den Typen, ne? Ich liebe's einfach. Ich liebe den Typen, wirklich. It's time to play the game. Aber wir müssen ihn leider besiegen, also... Was willst du machen? Also Einblendung ist einfach so oldschool geil. Im Spinning Belt. Let's go. Drei Minuten habe ich Zeit. Drei Minuten wird's auch noch dauern. Triple H, defend the WWE Championship. Los, Triple H, wir müssen uns ein bisschen beeilen, ne? Wir haben ein bisschen Zeitdruck. Das ist nicht ein Move, den ich sehen will. Der dauert mir zu lange. Das geht nicht. Ey, nein, lass das sein. Ey, lass das sein. Edge sucks. So will ich das hören. Da sind meine Fans. So, Neckbreaker, was auch mal da bist. Oh, einfach eine schöne Faust. Du bleibst schon liegen, damn. Leak Triple H. So. Ja, wo ich schon immer auf den Kopf gehen. Okay, er steht schon nicht mehr direkt auf, ne? Ist schon ein Zeichen. Und wie viel Edge noch außer jetzt? Ah. The Neckbreaker. Oh, jetzt steht er direkt wieder auf, okay. Oh, 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 oh. So, und der Paddy rieb jetzt hinterher. Danke. Komm, geh durch, geh durch, geh durch, geh durch, geh durch. Sieht gut aus. Das ist Slow-Mo, ey. Ah. Ich vermisse aber wirklich den alten Shotgun-Sound, ne? Oh, ist das kein Rock-Break? Oh. Bei eins? Was hat der denn genommen? Was war das denn? Flieg. Oh, ne, das war dumm. Oh, oh. Ich hab nicht mehr viel Zeit. Nein, ich bin ausgewichen. Ach, komm mal da auf. Das war eine schöne Serie an Griffen. Das war ziemlich geil. Oh nein, Triple H. Ich hab nicht Zeit für so Moves. Zeitprobleme. Oh, Ref Vector. Ach, jetzt konnte der schon wieder. Oh, danke. Oh, nicht so nett. So. Bam, bam. Schön auf den Kopf gehen, genau. Steh auf. Komm. Ich muss weiter auf den Kopf gehen. Na, so nicht. Nein. Oh, nein. Ja, das wird nix. Komm, komm, komm. Ich müsste schnell einen Signature-Move bekommen, dann vielleicht. Aber es dauert zu lange. Krieg ich nicht hin. Oh. Schau. Was ein Lange. Okay. Äh. Diese Moves gehen eindeutig zu lange. Ja, okay. Ja, okay. Dann soll es halt nicht sein. Wir spielen ähnlich für 100%. Scheiß drauf. Was soll's. Nein. Och, nee. Und das war's. Ja, er looted. Das war's. Das war's wohl. Leider ein bisschen zu spät, aber... Ey. Ist ja auch egal. Eins, zwei, drei. Ab mal raus. Eins, zwei, drei. Leider ein bisschen zu lange gebraucht. Egal. Oh, oh. The cerebral assassin made me more dominant than ever before. If there's anyone who's a WWE Hall of Famer in the making, it's him. er ist ein hall of hammer was den john morrison die zwei clowns was ist ja wirklich wunderbar hier das ist der hammer von tritt ist aber nicht solche wichser was das denn tja müssen wir auch mal nach ecwe marschieren also bin da nicht gegen bin ich eigentlich ganz gut das geht nicht da das ist das ist nicht okay so viele titelkämpfe schon wieder jbl ich kann das nicht auf den habe ich ja gar keinen bock ne also auf den habe ich ja gar keine lust ok john sinas match let's go titelkampf nummer ich weiß nicht mehr wie viel aber scheinbar mark wins dass wir die titel auch verteidigen ich glaube wir kommen gar nicht soweit was will mark henry ja ich wollte es sehen du hast es schwer zu sehen ja ich werde dir ein favorit ich werde dich so gut du kannst dich heute noch nicht ich werde dich jetzt auch zu ecw Oh, eine gute Locker-Room-Brawl. Eine gute alte Locker-Room-Brawl mit der Honky-Tonk-Gitarre. Bam! Äh? Ich sagte Bam. Ja, genau so. Hihihi. Steh auf. Schön gegen die Schränke. Ey, hallo? Komm mal hier hin. So, knall dagegen. Oh, geil. Oh, das wird wehtun. Oh, diese Soundkulisse, wie auch immer die das gemacht haben. Wirklich widerwärtig. Bam. Ey. Das machen wir nicht. Ach so. Leute, das geht. Wild. Das wusste ich nicht. Und Kopf. Ey, ich sagte und Kopf, hallo? Jawoll. Haben wir auch was drin? Kann ich das durchsuchen? Ne, ne? Ey, das ist ein Neckbrick, oder was? Na klar. Komm mal, Henry. Warum und ich? Komm mal dagegen her. Hallo? Ich sagte dagegen. Genau so. Hä? Warum geht das nicht? Das ist frech. Und bam. Ach, komm, ey, da auf. Ist ja wohl lächerlich. Oh, oh. Ne. Mein Gott. Bam. Warte, ne Krücke? Ich fühle den nur hier auch. Geh mal her. Ach, komm, der weicht jedem Dings aus. Ja, lächerlich. Oh, was denn? Headbutt. Damn. Jetzt aber. Mein Gott, bist du nervig. Bleib liegen, hab ich gesagt. Oh, das war's mit dem Stuhl. Und Krücke. Hä? Ich sagte und Krücke. Hallo? Genau so. Das war's mit der Krücke. Äh, ich hab hier keine Gegenstände mehr. No. Das ist wild. Haben wir gar nichts mehr? Nope. Wir haben hier nichts mehr. Das ist ja wunderbar. Äh, oh, oh, oh. Was hat das sein? Ich hab da gleich mein Dings voll. Ja, wo krieg ich denn jetzt Waffen her? Was soll denn das? Es ist für einen Backstage-Ball, aber wirklich wenig Waffen, ne? Oder nicht. Vielleicht ist auf der anderen Seite noch was? Who knows? Komm mal, Ken. Ich zeig's mir mal. Ist hier noch was? Oh, ja. Ey, das war ein schöner Move. Doch, nochmal. Knall dagegen. Bam. Ja, zeig's mir. Oh, ja. Powerbomb gegen den Dings. Gegen die Umkleide. Damn. Was haben wir hier? War ein Putzteil. Jawohl. Habst du gegen? Oh, mein Gott. Früher hatten die Entwickler bei den Spielern aber einfach noch Spaß, ne? Weil die haben ja einfach die sämtliche Sound-Kulissen so, die richtig geisteskranke Wild-Kling reingepackt. Die haben einfach Spaß gehabt. Oh, oh. Recht Dax. Ey! Oh, mein Gott. Hier liegt noch ein Stuhl. Was ist auch nett. Danke dafür. Warte, kann ich einen Signature-Ruf machen? Ah, geht. Ach, das ist dann der Signature-Ruf? Okay. Das war's? LOL. Okay. Armin. Cool. Okay. Okay. Oh, oh. Das ist nicht gut. Oh, nein. Ey. Oh, ey. Was war das denn? Oh, oh. Boah. Junge, die Sound-Kulisse. Ey. Und dann noch ein Move? Ach, komm. Die Gesichtsausdrücke immer. Und da ist der Chokeslam. Mein Titel, hallo? Lass aber sein. Oh, doch. Nein. Nein. Die legen sich einfach mit Raw und Smackdown gleichzeitig an. Wie dumm kann man eigentlich sein? Boah, das gibt eine gewalte Power zurück. Welchen Zubass haben wir zu spielen? Ich bleib bei Triple H. Ich bleib bei meinem Hunter. Cerebral Assassin. Hunter, Hans, Hemsley oder so. Was ist Hemsley? Oh, Hallöchen. Zeit, dass wir eure scheiß Arena hier kaputt machen. Sehr frech. Oh, yeah. Oh, er kommt raus. Schön. Ja, Raw und Smackdown gegen ECW. Der Mann wollte Kompatition. Well, he got it. And we fired the first shots. You made ECW out to be worthless. So we made your titles worthless. And now you're here. For what? To start something you can't finish? You boys are outgunned. Allow me to demonstrate. Oh, yeah. Bring das Rostar mal raus. Was ist das jetzt? Ein Lumberjack-Match? John Cena und Triple H vs. ECW. Sende ECW-Verstrecker zurückziehen in die Garderobe. He, he, he. So. Matt, Hardy. Oh. Bam. Wie machen wir das jetzt hier? Ach so. Ist das ein, äh... Ein Better Royale oder was? Better Royale. Hallo, er hoffe ich zu drehen. Ah, ja, 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 ja. Das räuchte jetzt. Oh mein Gott. Okay, das ist ein bisschen unfair hier gerade, ne? Hallo, ich, äh, hab da ein paar Probleme. So, wie funktioniert das jetzt? Ne, so geht's nicht. Müssen wir einfach draufbrücken, oder was? Ich kann nicht rausgehen? Ach, komm, hör auf. Wie soll man das denn machen hier? Hallo? Was habt ihr euch bei denen vorgenommen? Ich hab ja gar keine Chance. So, jetzt aber. Chavo war auch bei ECW-Verstrecker. Oh, jo, ich glaub, der war sogar Champ, ne? Ich mein, der war Champ auch. Der Champ ist hier. Arm. Hey, das war zu schnell. Dass ich nicht mal jetzt raus darf und Items holen darf, ist frech. Also wirklich, mein Gott. Hallo? Oh, meine Güte. Äh, äh, ausgewickelt. Arm. Das kann nicht die Lösung sein, dass wir uns sofort blügeln lassen müssen. Ey, aber, okay, der visiert auch die falschen Gegner die ganze Zeit an. Das ist halt echt nicht einfach. Besonders auf dem Schwierigkeitsgrad. Es sind so viele Gegner. Es sind so viele Gegner. Ich leck mich schon mit drei an. Oh, oh. Nicht gut. Ja. Hallo. Ey, komm, an jeder Ecke. Bringt ein Penner hier. Schönes Match. Mann. Das ist lächerlich. Steh auf. Warum auf? Oh, ey, okay. Und ja. Mein Gott. Ja, das Spiel ist ein bisschen älter, ne? Ist okay. Könnten wir mal ein bisschen Hilfe bekommen? Das ist hier schon sehr unfair, ne? Oh, er rast wieder daneben. Das ist viel zu unfair, wirklich. Hör mal, Triple H, wo willst denn du hin? Jetzt fahre ich da noch eben den Griff aus. Ich kann ja nicht mehr. Ja, also wer auch mal gesagt hat, spiel auch nochmal. Das ist so einfach. Ja, 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 ja. Braucht ihr eine Xbox, eine PS3 und ein Spielerspiel selbst? Das ist fixer. Ah. Ne, doch nicht. Ich dachte schon. Och, nicht der Move. Da kann ich richtig viel gegen machen. Ja, fair. Ja, fair. Muss hier raus. Und wir beide jetzt mal zwei Leute, die uns angucken. Das ist nicht so geil. Ja, das ist nicht so geil. Geh auf, Charbo. Warte. Vielleicht ist noch mal, können wir den Jack Swagger jetzt durch? Ich stehe gerade nicht mehr auf. Okay, nein, meins. Ich bin früher gefreut. Oh, doch. Jack Swagger geht raus. Gut. Ich habe es geschafft. Vielleicht. Ah, können wir? Geht auf. Okay. Sehr schön. Zwei Leute noch. Oder einer. Je nachdem. Ich weiß nicht. Gut, Charbo steht nicht mehr auf. Das ist gut. Er ist dann so. Ah. Schnell nach oben und draufhauen. Schön auf den Rücken. Geil. Na komm, wir haben es doch gleich. Komm. Wir wollen nach Hause. Mach mal Hine jetzt hier. ein Grizzly-Ber. Und bam. Ja, Matt, bist du jetzt in der Unterzahl? Fühlt sich nicht so gut an, ne? Das war's. Der ist auch durch, oder? Ja, der ist durch. Wir haben es geschafft. Wir haben eigentlich gewonnen. La Familia. Na komm. Matt, steh auf. Und wir wollen nach Hause. Ist hier schon drüber. Komm. Extra länger nennt man im Kino. Mach ihn ja jetzt. Gut. Geht der auch mal auf, oder? Ja nicht. Also. Ich weiß ja nicht. Ach komm, wir drehen ein bisschen extra Runden. Wee. Wee. Suck it. Der ist aber kaputt, ne? Warte, der ist kaputt. Triple H. Triple H is going up. Und man buckt das jetzt, oder? Muss ich jetzt hier fünf Minuten warten, bis der wirklich aufsteht. Also. Ah, okay. Ah, man muss nur rummeckern. We did it. Nice try, ECW. Maybe next time. Na, noch mehr? Oh, rennt ihr jetzt weg? Triple H may have taken down some soldiers, but ECW's General is still at full strength. Ja, lass uns die Arena kaputt machen. Komm. Geil. Jawoll. Geil. Ich erinnere mich wieder ein bisschen an die Storyline. Und ich weiß, warum sie so geil war. Krieg der Brandzeit. Echt nice. Indiana Plus. Äh, fuck, wo ist meine Nummer? Indiana? Indianapolis, Indiana. Und willkommen zu Money Guy Raw. Oh, Batista. Nächster Dieselkampf. Oh, okay. Das ist okay. Ach so. Partner. Oh, erst mal ein Telefon. Ach, der schon wieder. Ah, dann widmen wir uns mal einem schönen, lieben Tag Team Match, ne? Würde ich sagen. Batista und Cena gegen... Jericho, Jericho und Kane. Ach so. Okay. Das wird interessant. Ach, ich hasse Jericho. Der war wirklich als Heel auch ein wirklicher Wichser, muss man auch mal sagen. Aber ein ganzer Penner. Dann hat er auch noch Kane. Waren sie sogar ein Real-Life-Tag Team? Ich glaube schon, ne? Ich glaube schon. Seine alte Musik war trotzdem besser. Slow Chemically heißt es, glaube ich, ne? Oh, geil. Müssen wir durchlaufen lassen. Oh. Geil. Komm, zeig uns die Pistole. Oder die Minigun. Ne, egal was. Yeah. Bam. I walk alone. Okay. So, ja, Cena können wir es geben, ne? Cena ist tagsame genug gerade. Weißt du was? Ey, ööö. Was war ich denn da? Oh, das ist wehtun. Ähm. Hat der direkt einen Signature-Move oder bin ich? Der hat direkt einen Signature-Move? Warum? Was ist das denn? Warum? Hä? Folk-Polka. Loll. He saw that one coming. So. Ey. Äh, öh. Darf ich mal rausziehen oder was? Hallo? Jetzt aber. Hack-Team-Action. Geil. Komm, pack die Schere raus, Cena. Ui. Ah. Darf ich Batista steuern? Geil. Komm. Hier. Gib ein paar Fäuste ab. Ist der irgendwie auf Crack oder sowas denn das? Ist der richtig drauf? Oh. War ich bei einem Riff erwischt? Uh. Ja, ne. Batistas Roofside ist komisch. Loll. Brachiale Power. Kommt vom obersten Seil. Einfach, was ich's kann. Oh, ho, ho, ho. Damn. Komm, gib ihm noch einen ab. Bam. Immer schön gegen den Kopf, oder was? Oh, jetzt weht er sich mal. Boah. Äh, ich war mal... Nein, nein, nein. Mein, äh... Back, äh... Backshow oder irgendwas war schneller. Eindeutig. Machst du denn da? So. Am... Hoppa. Geil. Ist das ein brutaler Move. Jawohl, komm, der Enemy ist sauer. Jawohl, nochmal einen Haken. Ja, und nochmal einen Linken. Komm, nochmal einen Linken. Liegen bleiben. Ey, nicht werden. Oh, nicht kratzen. Die kratzen ist nicht nett. Komm, naja. STO nennt man den Move. Lol. So, Signature Move Zeit. Hopp und hopp. So. Was war denn dein Signature Move? Spinebuster, ne? Nee. Reicht das schon? Ey, ich brauch nicht mal die Finisher für Jericho. Wollte ich mal klarstellen. Das ist doch easy. Das war ein klingendes Match. Ja, das war ein klingendes Match. Jawohl, reicht. Haben wir geschafft. Jetzt kommt... Smackdown. Smackdown. Minneapolis, Minnesota. You know, Minnesota. Thank you for joining us tonight for Friday Night Smackdown, ladies and gentlemen. Hardy. JR and Taz, coming to you from Minneapolis, Minnesota. I don't know if Triple H is aware of this or not, since he's been busy with ECW, but Jeff Hardy earned a title opportunity at No Way Out. Jeff Hardy. You're absolutely right, Taz, and GM Vicky Guerrero even agreed to make it a tables match. LOL. What could give Hardy an advantage? Neither one is gonna have an advantage here tonight, in my opinion. They're gonna have to work as a team. Okay. Ähm. Also. Triple H muss gegen Jeff Hardy bei No Way Out und John Cena muss gegen Batista. MVP. I can't believe what you let those ECW losers do to you, Triple H. I think he should strip you of the WWE Championship just for that. You're lucky I didn't have any respect for you to begin with, but I would have lost it all right then. Du bist lucky, dass du einfach so nutzlos wirst. So. Next. Hiddy Kampf. Ach, äh, hoch. Take the match. Jeff Hardy und Triple H gegen MVP und Brian Kendrick? Okay. Na dann. Nein, skip. Brian Kendrick. Das ist schon wieder besser. Yeah, schwimm, Jeff Hardy, schwimm. Okay. Gut. Jeff Hardy haben wir, glaube ich, auch noch nicht gespielt, ne? Vielleicht lasse ich dann ein bisschen mit... Ich spiele mal ein bisschen mit Jeff. Ach, machen wir sogar. Oh, okay. I came to see the Brian Kendrick. Bestimmt bist du für Brian Kendrick gekommen. Na, ist klar. Oh mein Gott. Okay. Wieder ein Move. Arm. So, einmal in die Ecke mit dir. Da kommen wir doch direkt hinterher. Oder auch nicht. Hehe. Deiner Stopper. Arm. MVP, was ist los? Kannst du schon nicht mehr? Geht dir schon die Booster aus? Oh, ich weiß, was sein Signature Move ist. Den kenne ich noch. Nein, ey, komm. Ich war gerade dabei, so einen schönen Signature Move zu machen. Oh, komm mal her. Her, hab ich gesagt. Ah, shit. Der hat instant einen Finisher? Was ist das denn? Also das Spiel will auch nicht, dass ich gewinne, ne? Irgendwie, oder so. Also gar nicht so. Überhaupt nicht. So, jetzt Signature Move. Komm. Whisper in the wind. Na toll. Lass das sein. BAM. BAM. So. Steh auf. Ey, komm, Spiel. Wir müssen es doch hier nicht länger ziehen, als es überhaupt schon ist, ne? Triple H gibt mir eine Fist oder so? Ja, so nicht. Oh, oh. Hier ist der Opponent, der hat ihn jetzt. Wir arbeiten ja als Team, damit das klar ist, ne? Da gibt's Teamarbeit. So. Shea rausgepackt. Uh. So. Und. Wupp. Ich hab nur noch kein Signature Move. Damn. Jetzt aber. Nein, komm, ich wollte doch noch einen schönen Whisper in the wind zeigen, was denn da ist. Oh, oh. Äh. Nein. Auf. Warum? Ey, ihr wart ja auch zu. Konnt denn jetzt auf einmal so viel? Was ist denn das? Hä? Lächerlich. Lächerlich. Ja, komm, musst du jetzt irgendwie, musst du dich austenken oder so? Lächerlich. Lächerlich. Leak. Nein. Na, komm, ich wollte doch nur einen Christoph Fade machen. Oh, das ist ein Signature Move. Damn. Was ist es nicht, weil er ein Finisher? Fuck, das ist ein Finisher, glaube ich. Hey, oh mein Gott. Okay, wir müssen Triple H rein, man hat mir leid. Ich hole Triple H rein. Der ist noch Full Life geführt. Komm jetzt mal hierhin. Rein mit dir. Hallo? Komm her. Hoppa. Recht Dax. So ein... Benner. Was wird denn das, wenn es fertig ist? Weg mit dir, komm. Ja, Signature Move? Ja. Ja. Reicht mir jetzt. Schnell, 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 schnell. Komm, 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 komm. Los, Schick im Schaft. Eins. Zwei. Easy. Also nicht easy, aber. Guck mal, das war eine Geburt. Damn. Das war schwer. Oh, oh. Oh, oh. Beide Superstars haben heute eine Check in der Winkkolumn eine Begründung. Aber nur eine will nicht weg, als Champion. Oh, oh. Noch nicht prügeln. Wir haben noch nicht No Way Out. Noch geht's. Ja, gib mir die Hand. Komm, gib mir die Hand. Jawoll. Oh. Mal schauen, wie das bei No Way Out ausgeht. Hey. Jawoll. Nice try, Hardy. Nice fucking try. Trick-Tub-Events ist meine Spezialität. But in two days, they'll settle things in a table space. Both for the WWE Championship and to determine who will go to WrestleMania and compete to become Champion of Champions. Yep. Champion of Champion of Champions, ne? Streng genommen sind es ja drei Titel. Wollte ich mal so erwähnen. ECW, WWE und World Trade World Titel. No Way Out. No Way Out. Und wir fangen mit Triple H an. Und ich glaube, in der nächsten Folge ist dann vorbei mit der Story, denke ich mal. 28 Tage, das könnte ich beim nächsten Mal hinbekommen. Vermutlich.